ok das sind jetzt meine schokoladen spritzmuster die ich gerade gemacht habe und es gibt viele 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 möglichkeiten ihr könnt ja sehen vielleicht ist da irgendwas was euch gefällt schaut euch das hier an oder das hier dann haben wir diese art von spritzmuster dann haben wir einen von diesen hier diesen langen hier der schaut richtig gut aus wie eine blume und dann haben wir so ein hier gemacht die muss ich nämlich als fürs eis zum dekorieren von eis werde ich die verwenden von eisbechern die haben meine spritzmuster die schokolade ja wie gern brüten die meine eisbechern ja die leute oder ein stort anteil variationer die auch trolle nicht wo manche mullheller da er noch mal leute noch ein muster hier leute in hier flott in hier wir können sehen hier haben mann richtig mann verschiedene aber auch selten heute in meinem auch noch eine andere hier und dann hat der auch eine andere hier den sieht man so haben wir hier und den brüren ich für die isbecher dann haben wir noch und noch lange hier los τουςeauer hier hier noch, den kann ich auch richtig gut lide, den ausflott, sind sie, speziell, ja, der ist so nett, der lautet hier Münster, gell, som man kann sehen, da haben wir einen blomst hier, der auch, da haben wir hier noch einen, da lautet noch einen her, ja, persönlich sind sie, ich kann gut lide, den her modell, den er richtig gut, den der, den er auch flott, so habe ich hier noch einen her, noch einen Schmau her, das wäre auch, ich habe mehr Platz von meinem Papier, alles bei ihr Papier, alles wie, alles leer, so habe ich den Lille hier, den ausflott, sind sie, meist speziellt, naa, das war es, also habe ich mit Namen hier, Giovanni, so ihr könnt sehen, den er auch flott laut, so, so man kann auch brugen den ein isbäger, so ich werde noch ein isbäger snart, und so, 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 jetzt kann ich einfach sein, wenn der etwas tör ist, und so wir den, ciao, ciao!